Schwertheim Touristik ist das älteste Busunternehmen im Münsterland. Gegründet im Jahre 1924, besteht das Unternehmen jetzt schon über 90 Jahre. Geführt wird das Familienunternehmen in der dritten Generation von Ralf Schwertheim und seiner Frau Ulrike. Über 30 Mitarbeiter sorgen für ihr Wohlbefinden. Der Fuhrpark umfasst über 20 Busse. Im Jahr 2000 bezog das Unternehmen im Herzfelder Gewerbegebiet einen neuen, über 10.000 Quadratmeter großen Betriebshof mit eigener Werkstatt, Reinigungshalle und Tankstelle. Im Reiseverkehr bietet Schwertheim Touristik seinen treuen Gästen ein großes Reiseprogramm mit Städte, Kurz-, Musical- und Urlaubsreisen. Die grünen Busse sind schon lange zum Markenzeichen geworden. Geschulte Fahrer bereisen mit ihnen die schönsten Ziele Europas. Unser Reiseteam berät sie gerne individuell und erfüllt ihre tollsten Urlaubsträume. Gruppen- und Vereinsreisen bilden einen weiteren Schwerpunkt. Hier können die Reisenden auf das ganze Know-how von Schwertheim Touristik zurückgreifen. Spaß haben, Bus fahren!